Sie sind hier, vergrößern, verkleinern das Pokaldrama zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen reiht sich ein in eine Reihe geschichtsträchtiger Verlängerungen Urheberrecht Sport 1 Montage, Getty Images, Imago 6. Februar 2019, 14.25 Uhr der BVB und Werder Bremen liefern sich im Pokalhalbfinale eine packende Verlängerung. Sport 1 blickt auf die legendärsten Minuten der Fußballgeschichte. Pokalwahnsinn in Dortmund. Nach verhältnismäßig ereignisarmen 90 Minuten 1 zu 1 brechen in der Verlängerung zwischen dem BVB und Werder Bremen alle Dämme. Zweimal legen die Schwarz-Gelben in Person von Christian Pulisic und Acha auf Hakimi vor, zweimal kommt Bremen zurück. Claudio Pizarro und Martin Harnik retten Werder ins Elfmeter schießen, indem Max Kruse den entscheidenden Elfmeter verwandelt und den BVB aus dem Pokal kegelt. Es ist nicht die erste Verlängerung in der Geschichte des Fußballs, die noch Tage oder Jahre später von sich reden macht. Sport 1 zeigt einige der legendärsten Extraminuten. 4 – Sprecher Schmerz 5 – Sprecher Schmerz Vielen Dank.